Unsere Moinsen zu diesem ersten Teil vom Dreiteiler und wie ihr seht mit Videokamera vor mir, nicht nur Podcast, nicht nur Audio und ich sage ganz ehrlich, auch daraus begründet mache ich es in drei Teile, erstmal wegen Mehraufwand, dann auf drei Videos aufgesplittet plus, auch schon von ein paar gelesen, ich glaube viele finden es auch in Ordnung, wenn es in einem ganzen Teil ist, aber auf ein paar schon gelesen, dass es gerne in kleineren Teilen hätten, in kleineren Häppchen, sage ich mal, deswegen kann auch hier einfach jeder, wenn er will, die drei Videos durchklicken, wenn er nur ein Video interessanter will, nur das anklicken, dass es auch da ein paar Optionen gegeben, in dem Video hier der Rückblick auf Freiburg, was ein bisschen länger noch her ist und dann eben auch auf das Thema, ja, DFL-Investor, Protestaktion, Siegeschichte und was da ein bisschen sich bewegt hat, das in dem Video und danach geht es noch weiter mit VfB News, mit Leverkusen VfB und natürlich auch mit VfB gegen Mainz, aber jetzt hier Nummer 1, Freiburg, 3 zu 1, das Auszieg für uns, hier auch wie immer ganz wichtig, ich habe ja schon was hochgeladen, Spielfazit gibt es ja schon, nämlich am Ende vom Stadionvlog in Freiburg, oder mal ein normaler Stadionvlog dann auch in Freiburg gewesen, deswegen versuche ich hier auch gezielt, ein bisschen die Doppelungen rauszulassen, so, aber trotzdem ein paar Punkte dabei und eben auch wegen der, in Anführungszeichen, Länge, die es her ist, wer jetzt Pokal nicht dazwischen, wird sich das normal anfühlen, aber war eben noch ein weiteres Spiel dazwischen, deswegen ist das so noch ein bisschen weiter entfernt, aber ein paar Punkte gab es, wie gesagt, es war ein überzeugender Sieg dort, geiler Doppelschlag natürlich direkt am Anfang, Eskalation pur, nach der Chorium, der mal eh richtig gut eingestimmt war, kam dann das noch, war brutal geil, geile Stimmung generell, geile Aussatzfahrt, habe ich auch schon in alles erzählt, im Stadionvlog, auch im Fazit und so weiter und so fort, Thema bleiben halt, auch für die nächsten Spiele Eckballstandard Flanken gegen Tore, so, das geht einfach zu einfach mittlerweile bei uns, muss man ganz klar ansprechen und wird sich auch intern getan werden, was ich auch immer interessant fand, weil klar, von Experten kannst du halten, was du willst und es gibt oft komische Takes und viele sind so, mal geil, mal komplett Quatsch und irgendwie gefühlt nicht in der Mitte, aber wenn es etwas an Lob gibt, was es so richtig gibt von den Experten, nehmen wir es mit rein, finde ich, dann ist es auch geil, zum Beispiel Didi Hamann, die ist mal, hat diesen Ball von Anton auf Undorff, da habe ich gerade Andorff draus gemacht, auch stark gelobt, absoluter Weltklasse, passt ja sowieso, hier Throwback von, fand ich, von Pavard zu Mané damals, erstes Spiel gegen Viertel und Zweiten Liga, wobei der von, ja, Pavard schon noch ein bisschen krasser war, noch ein bisschen durch mehr Leute durch ist und auch noch ein bisschen knapper durch ist, Freiburg hat schon gut Platz gelassen, um den Ball auch zu spielen, aber trotzdem absoluter Weltklasse-Ball, auch hier nach dem Motto, hätte den Baresi gespielt, das ist auch eine italienische Innenverteidigung, Innenverteidiger-Legende, würde man noch zehn Jahre drüber reden, so, also auch das, auch Doppelpass muss man vorheben, kann man auch von halten, was man will, aktuell immer, ne, sehr viel Bayern-lastig, dies, das, aber ein Part gab es vom VfB, und da auch voll des Lobes, ne, Effenberg und Magath, er wäre auch zum Anton-Pass gesagt, noch nie von irgendeinem Innenverteidiger gesehen, in der Bundesliga ist so ein Ball, auch in der Nationalmannschaft geredet, Undorff ebenso, deswegen kommen wir auch nochmal später am anderen Punkt, dann in VfB-News, ähm, VfB pure Spielfreude haben sie nochmal vorgehoben und Magath geil, ich mag den eh, ähm, hat auch gesagt, dass es spannender ist, oder spannender und besser und schöner anzusehen und so weiter, als das Ball rumgeschiebe bei den Bayern, so etwa in dem Wortlaut war es, absolut geile Aussage von Magath, der stichelt da eh gerne mal ein bisschen rein, ähm, auch das hat's gefallen, das wird in der Champions-League enden, auch sowas zu hören, ist einfach komplett absurd, und weil es natürlich aktuelle Tabellen-Realität ist, das ist ja auch ganz klar, ähm, Anton als Kapitän, auch einfach geil, Insta-Post von ihm, so, zurück in die Landeshauptstadt, auch da ein bisschen Statement gesetzt, Richtung Freiburg, Sieg für DAX, so, auch da eben, wie es ein Käpt'n macht, Käpt'n machen sollte, wie er es auch tut, auch das nochmal vorgeheben, für DAX, so, haben wir auch beim Jubel, beim 1-0, Trikot hochgehoben, absolut, wirklich, richtig, richtig geile Aktion, ähm, Herr Voz eben wieder auch mal Mittelstädt, muss man auch sagen, auch der musst du eigentlich fast, kommen wir auch nochmal später drauf zu, glaube ich, ein VfB-News muss auch wieder sein, oder nach Leverkusen, was glaube ich auch, ähm, ja, eigentlich durchaus auch ein Nazio-Kandidat, so, muss man einfach so sagen, von der Nationalmannschaft, ähm, sogar jetzt auch ein Informe bekommen, bei FIFA, oder jetzt EAFC, wie man es haben möchte, ähm, schöne 5-80er-Karte, schön knackig, auch sehr, sehr geil, und, habe ich auch da schon angesprochen, aber Dahoud nach dem Debüt fand ich auch sehr, sehr geil, einfach in der Form, wie herrlich der mitgefeiert hat, der liebt es, glaube ich, jetzt schon komplett hier, auch von den Fans vor der Auskurve mitgehüpft und gegrinst über, 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 volles Gesicht, absolut geile Aktion auf jeden Fall, der fühlt sich, glaube ich, wohl, ähm, ähm, und über all dem, auch logisch, steht Sebastian Hoeneß, so, den kann man nicht oft genug hervorheben, nicht oft genug loben, ähm, und jetzt kommen wir auch zum Schluss, wie ihr es auch kennt, zum Einspieler, dann habt ihr auch hoffentlich schon gehört, wie ich es oft sage, ähm, Import Cannstatt, Donnerstag, 16 Uhr kam er schon raus, ähm, alles, was ich da gesagt habe, kommt dort, hier ein bisschen was Ausgewähltes, aus den Statistiken und so weiter, die ich da immer liefern darf, ähm, führe ich jetzt schon bei 6 Saisortor, und Interessante eben dabei, es war das erste Mal, dass er auswärts getroffen hat, diese Saison, und auf, das 0 zu 1, war das schnellste Tor des Spieltags, 116 kmh, einfach auch ein geiler Abschluss, ne, muss erst mal so reinkloppen, das Ding, das Mittelstädttor war das erste für ihn seit 102 Bundesligaspielen, ne, ist jetzt als Verteidiger nicht so, als der, ja, Goalgetter bekannt, äh, mit 46 Toren, jetzt schon nach 20 Spielen mehr gesammelt als letzte Saison, nach 34, haben wir als aktueller Standpunkt mehr Tore als in der gesamten letzten Saison, das ist halt auch einmal nochmal ein Statement und eben auch ein Zeichen der Entwicklung, ähm, es ist auch wieder tatsächlich aktuell wieder der beste Bundesliga-Start vom VfB in der Historie, ne, 2003, 2004, mit dem battlen wir uns oft, auch so ein bisschen 06, 07 noch, meiste Saison, 2003, 2004, auch eine Top-Saison gewesen, dann mit denen battlen wir uns so ein bisschen, aber jetzt haben wir aktuell einen Punkt vor dem, 2003, 2004 waren es eben 39 Punkte, ähm, das erste Mal seit 2017, 2018, seit der Saison, haben wir wieder beide Spiele in einer Spielzeit, in einer Saison gegen Freiburg gewonnen, gegen die Preisgauner gewonnen, um das mal noch mit reinzunehmen, ein bisschen gestichelt, deswegen, das ist, glaube ich, auch ein sehr angenehmes Gefühl für uns VfB-Fans, ähm, Platz 3, ähm, sind wir nun in der Tabelle und haben halt nur, das wir euch hier vorheben, nur zwei Rekordhalter vor uns, aber das muss man mal sagen, Blick auf die Tabelle ist immer wieder unfassbar, du hast Leverkusen und Bayern auf 1 und 2, die zusammen auf 102 Punkte kommen und das gab es noch nie zum Zeitpunkt in der Bundesliga-Geschichte und wer kommt danach? Wir. Nach so Rekordhalter, nach so einer Wahnsinnssumme, dahinter auf Platz 3 kommen einfach wir. Platz 16 letzte Saison, danach kommen wir. Es bleibt komplett surreal, ähm, zweitniedrigster X-Goals-Wert, ähm, eines VfB-Kenners hat Freiburg, ähm, erspielt, dafür vergleiche ich immer gerne, ähm, auch rausgeschrieben, so ein Dokument raus, ähm, X-Goals und so weiter, ne, Torschüsse und so immer rausgezogen aus den Spielen, aus den offiziellen Bundesliga-Statsen, da hat eben Freiburg, ähm, aus den 20 Spielen jetzt die zweitwenigsten oder den zweitniedrigsten X-Goals-Wert erspielt, zeigt auch, wie eindeutig wir das Ding da und wie klar wir das Ding auch gewonnen haben, beziehungsweise wie wenig Freiburg nach vorne hingekriegt hat, natürlich auch ein bisschen geschuldet durch die rote Karte, das ist ja auch ganz klar. Die zweitmeisten Pässe waren es in der bisherigen Saison gespielt, nach der Niederlage in Gladbach, da haben wir sehr viel im Strafraum gespielt, sehr viel Handball, aber eben leider kein Endprodukt am Ende noch rausbekommen, ähm, zweitniedrigster Wert in den begangenen Fouls, also von uns, vom VfB begangenen Fouls, und das zeigt auch wieder, bei ungefärterten Siegen, ist auch irgendwie logisch, aber fand ich trotzdem nett, das so ein bisschen rauszulesen, ähm, dass du halt bei ungefärterten Siegen natürlich nicht so viel faulen musst, ne, weil zweitniedrigster Wert war es geteilt mit 3-1 gegen Darmstadt, 2-0 gegen Bremen und noch weniger gefoult haben beim 5-0 gegen Bochum, ne, also bei den ungefährtesten Siegen, wie es eigentlich auch in Freiburg war, außer halt kurzzeitig, weil es 2-1 an und für sich ein enges Ergebnis ist, ne, ein Torunterschied nur, und zum Schluss noch in der Auswärtsfahrtabelle, musst du gucken, wo du schaust, es gibt ja die falschen Neuen, gibt es fußballmafia.de, nachdem man schaut, sind wir Platz 3 oder Platz 4 im Schnitt, wie viel wir mitbringen, im Schnitt immer so circa 4.700 pro Auswärtsspiel, was sowieso bockstark ist und dann eben in Freiburg waren es 4.000. Weiter geht es dann mit den Protestaktionen gegen die DFL und eben gegen das Vorhaben mit dem Investor und der Abstimmung drumherum, ähm, auch am Samstag gab es wieder Proteste in Freiburg, insgesamt fast 25 Minuten Nachspielzeit zusammengerechnet, ne, ist auch mal ziemlich, ziemlich heftig, muss man sagen, wobei wir da echt noch auch harmlos mit rumgekommen sind, dass man schaut, dass du teilweise die Spiele jetzt immer eine halbe Stunde oder sowas immer wieder angehalten hast, aktuell, ähm, und hat sich eben auch ein bisschen was getan, um die Thematik, ähm, in den letzten Tagen und eben auch mit unserer, ähm, Beteiligung, sag ich mal, weil, gerade angesprochen, lange Unterbrechung auch bei der Hertha Hamburg zum Beispiel, wäre ein Fallbeispiel gewesen und dann eben auch der Post von Präsident Klaus Vogt, der bemüht sich um besseren demokratischen Prozess bei der Abstimmung, ähm, ja, ist halt generell ja auch das, mit das größte Problem, würde ich sagen, der Fans, ist diese geheime Abstimmung, ne, dazu eben der Fall, dass, so wird es ja berichtet und so scheint es auch sehr sicher zu sein in den Berichten, ähm, dass wohl Kind, ne, Martin Kind von Hannover entgegen des Vereins gestimmt hat, ähm, und, ja, dann ist halt nur diese eine Stimme, weil es ist halt eine Stimme, mit der es die Mehrheit bekommen hat, mit der es die Mehrheit bekommen hat, die es gebraucht hat, damit man es am Ende des Tages als Ja sieht, also auch da schon brutal eng und eben auf eine Stimme nur knapp, beim ersten Mal war es ja noch ein Nein, dann gab es ein bisschen inhaltliche Änderungen, ähm, und heißt, wenn der Kollege da aus Hannover richtig abstimmt, eben so abstimmt, wie es der Verein ihm vorgegeben hat, was er wohl nicht getan hat, laut den Berichten, wäre es auch wieder auf Nein gewesen, dann wäre das eine Jahr nicht genug gewesen, ne, deswegen auch da natürlich einfach eine große Thematik da und, bevor ich zum Positiven komme, zu dem Thema, sag ich mal, oder wie ich sehe, ähm, erst Kritik daran, die natürlich aufkam, weil Nummer eins ist natürlich auch ganz klar, der VfB stimmt da gerade für Ja, natürlich direkt auch die Reaktion darauf, ja, was schreibt der Präsident jetzt, wir wollen irgendwie, ne, transparent und irgendwie eine Neuwahl und so Geschichten, ihr stimmt ja auch für Ja, ihr seid ja auch dafür, ne, was soll das oder sowas, ähm, weil, ne, in der zweiten Abstimmung erst, bei der ersten war es dann auch ein Nein und da hieß ja auch raus, dass der VfB eben auch in Form von Vorglub, ja, der war auch mit vor Ort, ähm, auch mit federführend war, warum man eben da noch nicht für ein Ja gestimmt hat, jetzt eben Änderungen in Inhalten, jetzt findet der VfB für in Ordnung und hat mit Ja gestimmt, ähm, und da muss ich auch sagen, es hat ja mit der Bemühung um eine weitere Wahl für mich zumindest nichts zu tun, es geht ja beides, einerseits die Inhalte für so in Ordnung finden, was man für Ja stimmt, aber andererseits eben für Neuwahlen seien, in dem Versuch, die Lage und die Fans zu beruhigen, eben wegen der Kritik unter anderem daran, dass es eben, ja, intransparent ist, was da passiert ist mit den Abstimmungen eben auch so knapp war, Thema Kind und so weiter und so fort. Andere Kritik, ein bisschen kleiner, habe ich aber auch schon irgendwo mal gelesen, beziehungsweise eher eine Unterstellung, sag ich mal, ähm, dass man diesen Zeitpunkt jetzt wählt, quasi, ähm, weil es der Porsche, die jetzt schon durch ist, und man vielleicht da ein bisschen was abwarten musste, ähm, bevor man sich dazu äußern kann, weiß ich jetzt nicht, wie tief man da reingehen kann, wie viel das Verschwörungstheorie ist, wie viel man da reinlesen könnte oder nicht, aber hatte ich auch immer gelesen, glaube ich mal mit reingenommen auf jeden Fall, ähm, Kritik an Vogt selbst kam auch auf, das ist ja auch ganz klar, gibt es genug, die ja eben noch immer gegen Vogt sind, das ist ja auch in Ordnung, jeder kann seine Meinung da haben, ähm, logischerweise lief ja auch über seinen Privataccount dann ein Bild angefangen, hier Unterstellungen zu machen mit Alleingang und so weiter und so fort, da, auch da muss man halt sagen, wem glaubt man, wie glaubt man nicht, ich glaub den zumindest mal ziemlich weitgehend, in einem Ricky Palm und so Geschichten, haben einige geschrieben, das stimmt überhaupt nicht, es war kein Alleingang, alles abgesprochen, ne, wieder, würde ich mal da sagen, ne, auch da persönliche Meinung, einfach ein Versuch, der Bild, wie es jetzt auch nicht unbedingt, ja, neu ist von dem Platz, sag ich mal, in vielerlei Fällen, ähm, der VfB hat eben auch ein Statement angebracht, sagen wir es mal recht nichts sagen, so irgendwie recht aussagelos, aber auch da, wo die Transparenz hervorgehoben, und darum geht es eben, auch im Interview mit Sky, das vorgegeben hat, ähm, auch da, wie im Statement auch kam raus, sie stehen zusammen, also auch da kann man nochmal deutlich rauslesen, dass da kein Alleingang war oder so, also offiziell kommuniziert auf jeden Fall nicht, dass da irgendwas in Form von Alleingang gewesen wäre, ähm, und ja, da geht es eben darum, dass, ja, die Transparenz hervorgehoben wird, dass das das Wichtige ist, was man braucht, gleichermaßen, aber dass der VfB trotzdem, hat auch Vogt im Sky-Navio gesagt, nochmal für Ja abstimmen würde, ne, wie gesagt, geht ja beides, ähm, miteinander einher, kann ja beides funktionieren, ähm, auch da zu der Abstimmung muss ich sagen, ich bin nicht tief genug drin, in Vereinspolitik, in Organigrammen, und was weiß ich nicht was, aber so wie ich es auch oftmals gelesen habe, jetzt, äh, ja, seit dem, seit dem Vogt-Post auf, auf Instagram, auf Twitter, wie man es auch auf der VfB-Homepage so ein bisschen rauslesen kann, wirkt zumindest für mich so, was ja sowieso ganz generell nicht so ist, also ich glaube sowieso nicht, dass Vogt da generell einfach sagen könnte, jo, ich stimme für Ja oder Nein, da werden noch mehr Leute abstimmen, können auch zu Lothar und Vogt auch überstimmen, aber auch in Form von EV und AG, das müsste in dem Fall eher ein AG-Thema sein, auf jeden Fall, ähm, dürfte Vogt, glaube ich, da auch nicht eine alleinherrschende Stimme haben, ne, also auch da, ähm, in dem Sinne von, ja, er hat er dafür abgestimmt, er hat dafür abgestimmt, das ist wahrscheinlich auch nicht 100% richtig, so wahrscheinlich können, hätten ja auch, vielleicht kann er schon immer für Nein gewesen sein, aber überstimmt worden sein vom Verein und deswegen hat der Verein als Ja gestimmt, kann auch passieren, weiß kann er jetzt ganz genau, aber irgendwie da volle Breitseite auf ihn zu gehen, verstehe ich jetzt in dem Thema, sage ich mal, zumindest nicht ganz, ähm, und wie gesagt, beim ersten Mal für Auf Hilfe Nein gewesen, Inhalte geändert, dann auf Ja, ähm, und nun hat, ja, ja, die DFL auch reagiert auf die Proteste mit dem Erklärtext, der jetzt plötzlich kam, Erklärtext, ich glaube auch ein Erklärvideo, äh, mit der netten Überschrift, viele Chancen für die Klubs, keine Nachteile für Fans, ja, muss man sagen, es sind Fans egal, es sind Fans völlig egal, es hat nicht zur Beruhigung beigetragen, aber, es ist ein Zeichen, dass es jetzt kommt, dass es jetzt ein bisschen Wirkung zeigt, weil sonst würde es ja nicht, gerade jetzt, nach so weiteren Eskalationen in Stadien und noch längeren Pausen und noch mehr Demonstrationen und so weiter und so fort, oder Protesten besser gesagt, ähm, ist auch kein Zufall, dass genau jetzt so ein Versuch von Beschlichtigung kommt, so ein Versuch von Erklärtext und so ein Versuch von Überschrift, es gibt doch keine Nachteile für euch Fans und so kommt mal runter, das ist, das wird schon zusammenhängen vom Zeitpunkt her und es sind nicht für VfB, es ziehen auch andere Vereine nach, Union Berlin hat sich, glaube ich, geäußert dazu, KSC hat sich geäußert dazu, auch die nochmal für mögliche Neuwahlen, ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich meine auch irgendwie gelesen zu haben, dass auch da manche vielleicht sogar anders abstimmen würden jetzt mittlerweile, aber das mit den Neuwahlen auf jeden Fall, ähm, da ist halt die Frage, ob das jemals passiert, ne, ob das überhaupt passiert, sei dahingestellt, weil die DFL dürfte ja damit ziemlich happy sein mit dem Jahr, ne, aber es wäre ein großer, wichtiger Schritt, um eben mehr Ruhe reinzubekommen, finde ich auf jeden Fall, klar, die Fans werden dann auch nicht happy sein, wenn es dann wieder ein Jahr ist, ne, wenn du jetzt komplett transparent bist und auch da quasi genau das gleiche Ergebnis nochmal kommt, dass das Jahr dann durchgeht und die Planung weitergeht, in Sachen Investor, werden die Fans auch nicht happy sein, aber ich sage ich mal, für mich, oder ich sage mal, die Grundlage ist dann eben deutlich weniger, auch für mich eben in meiner Bewertung, ne, wie ich drauf gucke, ne, was machen die Fans falsch, was macht die EFL falsch, wie sieht die Situation aus, hätten für mich in dem Punkt dann, wenn es eine transparente Abstimmung ist und die transparente Abstimmung faire und völlig, ja, valide Abstimmung dann mit einem Ja am Ende hervorgeht, haben die Fans auch deutlich weniger Grundlage dafür, weiter zu, zu protestieren, klar, dann können sie gegen das Ding selber sein, gegen das Investor-Thema selber sein, aber dann ist es halt eine demokratische Abstimmung, ein demokratischer Prozess und dann muss man halt da auch das irgendwann dann mal akzeptieren, dann ist einfach die Grundlage deutlich weniger da, als sie es aktuell halt eben 100% ist und da muss man eben gucken, wenn man es so sieht, dass jeder Verein mit einer Ja-Stimme gegen die Fan-Meinung abstimmt, finde ich auch schwierig, weil es ändert ja nichts, weil beim VfB, wurde ja auch so offiziell berichtet, gab es ja Gespräche mit Fan-Ausschuss und so weiter und so fort, viel mehr wird es da halt heutzutage nicht mehr geben, das muss man halt leider akzeptieren, man kennt die Fan-Meinung, wurde auch so geschrieben, man kennt die Fan-Meinung, man schätzt es, aber man macht es halt trotzdem so, wie man es machen will, es wird jetzt nicht passieren, dass irgendwie die Vereine auf die Idee kommen, dass ja alle erstmal eine große Mitgliederversammlung machen, alle abstimmen und der Verein stimmt genau mit der Abstimmung ab, mit dem Ergebnis ab von der MV und danach macht man erst eine neue DFL-Abstimmung, das wird ja auch alles Jahrhunderte dauern, das wird nicht passieren, dazu, wie gesagt, ich bin ja nicht so tief genug drin, deswegen auch da gerne mich belehren in den Kommentaren, wenn möglich, ist das ja auch eher wieder so ein AG-Thema und kein EV-Thema, also auch da wieder einfach auch deutlich weniger Spielraum für Fan-Meinungen und so weiter auf jeden Fall und leider halt, aber es ist halt leider mittlerweile so, das wird halt nicht passieren, was man halt haben will und was man auch bekommen sollte auf jeden Fall als Fan, bin ich voll dahinter, ist eben diese transparente Wahl und eben dem Sinne auch eine neue Wahl, weil die aktuelle ist ja nicht transparent, die neue hat eben diese Schattenseite mit der Hannover-Wahl und so weiter und so fort und dazu kann dann, glaube ich, auch gut der Fall sein, aber ich habe vorhin ja schon mal gesagt, dass das Ergebnis dann ein Nein ist, weil vielleicht geben sich jetzt eben viele Vereine auch schon dem her, sag ich mal, dass sie sagen, komm, wir wollen lieber Ruhe haben, als jetzt irgendwie nochmal für Ja zu stimmen, plus eben Hannover Stimme, auch da schon gesagt, wenn der diesmal so abstimmt, wie sie es wollen, dann ist die Wahl damit sowieso auch schon gefallen, aber dann kann es sehr gut sein, glaube ich, bei der Neuwahl, dass die Mehrheit nicht mehr da ist, deswegen würde es wahrscheinlich die DFL auch wirklich nicht unbedingt so gerne machen wollen, aber auch da wieder der Punkt, auch da vielleicht ein bisschen schnippisch, aber ist ja so, wenn sich die DFL so sicher ist, dass diese Idee geil ist, dass es mit dem Investor geil ist, dass die wieder, ja, dass die Mehrheit so genau richtig war und so weiter und so fort, sollte es ja nichts dagegen haben, das einfach zu bestätigen, weil wenn die sicher sind, das ganze Ding ist geil, wir haben genug Klubs, die dafür Ja sagen, können sie dann sagen, gut, machen wir halt, hier, zack, abgestimmt, hier, zack nochmal Mehrheit, was wollt ihr von uns, aber gut, haben wir nochmal bestätigt, ist ja die Frage, inwieweit die DFL selber dran glaubt, dass sie jetzt wieder genug Ja-Stimmen hätten, also insgesamt finde ich es gut, dass sich Vogt und der Verein so geäußert haben, die Ja-Stimme kann man immer noch für falsch halten, ist völlig in Ordnung, was man auf jeden Fall falsch halten kann, ist halt die Reihenfolge, ist aber auch nichts Neues im Fußball, beim VfB auch nicht, dass man quasi erst reagiert, statt von Beginn an zu überlegen, wie man vorgeht und wie man abstimmt und was es vielleicht auslösen könnte, aber ich sage mal so, better late than never, deswegen trotzdem guter Anstoß, dem jetzt ja auch Vereine mittlerweile folgen, zum Protesten der Fans noch kurz, klar, mich nervt es auch, dass das Mittel zwölf Minuten Schweigen sind, dass das Spielunterbrechungen sind, weil am Ende trifft es halt in dem Moment zuerst die Fans, nur die Fans im Stadion, aber ich verstehe warum, ich verstehe mittlerweile auch immer mehr warum, weil es immer das Einzige ist, das eine Wirkung hat, Gespräch mit der DFL wird es ja wohl nicht geben, oder wurde ja auch jetzt abgelehnt mittlerweile, wahrscheinlich auch einfach aus Erfahrungswerten, aus der Vergangenheit, machen sie halt nicht, da kommen wir leider eben nicht zusammen, anderes ist zu klein, oder ist halt nicht im Rahmen von einem Spiel, die Bundesliga muss halt angehalten werden, um gehört zu werden, um gesehen zu werden, und das war ja auch mal mein Problem, dass es für mich keine Wirkung hat, und die hat es halt mittlerweile, sieht man ja, Erklärtext, Vereine ziehen nach, und so weiter und so fort, Thema Neuwahlen aufgemacht, das hat ja mittlerweile tatsächlich eine Wirkung, und es gibt eben auch das Fallbeispiel, mit dem Montagabendspielen, finde ich auch ganz wichtig, da hat man ja auch schon, haben wir auch schon den Fans einen großen Teil dazu beigetragen, dass sie am Ende des Tages wirklich dann auch gemeinschaftlich ja wieder abgeschafft wurden, die Dinger, die Ultras, die Fans haben eine große Macht, die darf auch da generell nicht zu groß sein, da habe ich ja auch meine Erfahrungen gemacht, und meine Meinung, ist ja klar, aber auch hier, guck mal, ohne Fans, ohne Stimmung, viel Spaß, also da kannst du das Angebot wieder direkt ein bisschen runterschrauben, wenn das alles weg ist, vermarkte mal Proteste, oder vermarkte mal Leipzig gegen Hoffenheim, Stimmung mäßig, das wird schwierig, Stimmung und Fans sind eben nun mal das Alleinstellungsmerkmal, im Vergleich zur Premier League, das wir aktuell haben in der Bundessieger, deswegen ist das wichtig, die Fans, beziehungsweise die Ultras in dem Fall, haben eine Macht, aber eben keine Finale, die DFL ist da immer höher, ist immer am längeren Hebel, ist auch ganz klar, ich denke, es sollten alle an der Lösung interessiert sein, ist auch ganz wichtig, mal abwarten, es wird heiß bleiben, heute ja auch erst wieder, oder ich nehme es halt von Freitag auf Samstag Nacht auf, deswegen heute, sage ich mal, wieder Eskalation in Hamburg, ist auch ganz klar, haben wir auch gesehen, auch da, Fahnenkreuze müssen nicht sein, ich bin auch nicht so doof, und ich repete es als wirkliche Morddrohung, aber vom Ding her müssen die nicht sein, kann auch sowas wie vermummte Fans und sowas nicht sehen, bin ich ganz ehrlich, muss auch für mich nicht sein, steht alles nicht zur Debatte, von mir aus sollen sie auch dagegen vorgehen und Spiele abbrechen, whatever, aber die Fans werden nicht aufhören, das merkst du, und sie werden auch immer lauter, sie werden immer härter, sage ich mal, das merkt man, es braucht auf jeden Fall eine Lösung, weil diese schwebende Lage aktuell hat keine Lösung, oder hat keine Zukunft, ist keine Lösung, es eskaliert ja aktuell immer mehr, deswegen gerne eure Meinung in die Kommentare, auch zu dem Thema, ein bisschen schwieriges Thema, ich hoffe, es gab ganz gut zusammengefasst, und damit alle Seiten auch mit reingenommen, danke hier fürs Zuschauen, sehr gerne jetzt das nächste Video weitergehen, zu den VfB News in Teil 2, und bis zum nächsten Mal. das Uhr. machen wir auf jeden Fall. uns im Teil 3 – fünf, 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 Vielen Dank.